hallo und herzlich willkommen zur gta online aber bevor das video los geht will ich noch mal sagen lasst doch bitte abo und like da und alles mögliche und wir werden gucken wie geht er online ist wie dieser shit hier ist 2023 während alle leute da geht ja hassen für diverse themen wie löschen von autos oder töten von community sachen und ja wir werden jetzt einfach mal irgendeine scheiße bauen und irgendwann gucken wie so die community von gta sich so entwickelt hat oder bringt er mich um okay die haben alle keinen bock auf mich ja töten wir mal leute vielleicht 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 hilft es hier ja also der hat ja ich gehe zu dem und dann wird er mich umbringen meine ganze familie auseinandernehmen oder so keine ahnung weiß er nicht so er zum beispiel ja boom tot fähig jetzt ein kopf geld also ich hätte noch eine anmehrungsmühle gehabt ne hey ein tausender ja okay also es ist nicht mehr so toxisch habe ich das gefühl also es nur so leise das gefühl dass es nicht was toxisch ist gibt es ja eigentlich neue missionen hallo das c charles charlie reed perfekt operations terminal avenger I don't know if you notice, but private military are back in business and there is one group of ASR AVENGER Geschützte Fahrzeug für Operations Terminal Oh, guck mal Ist ja mal günstig GTA Ja Ah, nee Operations Terminal Ah Mann, mein Geld Hi Ich bin jetzt da Kann ich bitte meine Mission anfordern Boah, dafür eine Million Ach, danke Logge dich in der Sub Ja, möchte ich Hola Hi, halt deine Fresse jetzt Halt deine Maul Ich hab keinen Bock mehr Ja, du klein Ach, ich hab keinen Bock mehr Äh, wo, wo ist das CEO, CEO Registriere dich als Boss Okay, das ist jetzt neu Okay Kann ich das jetzt Junge Jetzt, hör doch auf Halt deine Maul Halt deine Maul Hhhhhh Hhhhhh Hhhh Hhhhhh Ist egal Hhhh So fliege ich immer Achtung Sehr vorsichtig Langsam Langsam Ja, perfekt Danke Ähhhhh Ähhhh Gelerne 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 Ja, du willst doch nicht verstehen Vor allem wie komm ich jetzt Auf einmal Wie komm ich da jetzt eigentlich wieder hoch Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... und ich bekomme einfach diese scheiß Mission nicht an was soll denn das sag mal wie hab ich wie scheiße habe ich eigentlich geparkt ich geh'n hier hin jumpen darauf scheiße ach komm oder auch nicht ach jetzt funktioniert es oder was nach komm du bist blut blut scheiße zu blut 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 And that's us. We're a light crew, but trust me, that's all we need. Now down to business. LSA's primary objective is Project Overthrow. A guerrilla campaign of disruption and interference against Maryweather San Andreas operations. But hey, an up-and-coming mercenary outfit got plenty of other employment opportunities. If you want to check those out, just look under LSA operations. So, what's the move, Team Leader? Meldung zum Dienst. Meldung zum Dienst! Und dann suchen Maryweather-Aktivitäten im David Quartz Steinbruch. Ach, Mann. Ach, jetzt funktioniert. Sonst, oh hi. Aber jetzt auf einmal... Oh, jetzt mache ich mich schon Mühe, ich habe keinen Bock mehr. Ach, eins und... Also... Also, ich möchte die... Spielen. Ich spiele nicht mit anderen Randoms, die können mich mal... Läuft sowieso nicht, außer sie haben... Außer die Community hat sich wirklich so geändert, dass es wirklich funktioniert, aber ich denke, ne. Das ist unmöglich. Ich... Wie soll dich die GTA... Was? Okay, Team Leader. Welcome to the maiden flight of the Los Santos Angels. We are inbound and cleared high. Our target is a Maryweather field base, located at the Davis Ports mining facility. You'll be flying into restricted air space, with probable surface to air batteries and extensive ground reinforcements. Your objective is to engage the enemy, fuck shit up in general, and then land and recover immobilized cash of whatever raw material they've been extracted. We need to know what the hell they're up to down there, and get ahead of them. Good luck to yell. See you around. Aber ich darf fliegen, oder was? Piep! Oh, so hat er werft ne Bob ab. The raw material is locked up in a military grey container. Just feel free to light this bitch up. Steinbruch, ich komme, lalalalala. Fly smart, also smart ist mein zweiter Vorname. Ab, durch die Hecke. haaah! attention aircraft. this air space is prohibited. reverse course now. Hehehehehe... haaah! 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 Falscher Bunker, scheiße. Ja, geil. Funktioniert ja prächtig. Panzerfaust! Ich schieße auf das Schloss. Ah! Oh, guck mal, wie cool. Einfach einpacken. Nein, 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 nein. Hau hoch damit, Mann! Oh, guck mal! Oh! Oh, guck mal! Oh, guck mal! Oh, guck mal! Oh, guck mal! Ja, was jetzt? Bekomme ich denn Geld? Bekomme ich... Was? Was bekomme ich denn? Ich erzähle halt nix, wenn ich da schießen muss und so. das macht es so eine Scheiße, Mann. Ja, die nächsten Videos kommen wir auf dem PC. Also PC-Bearbeitung, da ist es immer besser. Ich schwöre bei meiner Mutter. Perfekt. Äh, äh... Ups! Scheiße, aah! Das so, nicht anders. So. Reinsteigen. Rausfahren. Tada! Hört sich so an wie so ein Diesel. L.S.A. Just set up shop, people! Perfekt. Äh... Mission bestanden! Wow! 20.000! Das ist kein... Das, äh... Ist leider noch nicht den Preis, den ich gerne hätte. Also für... für diese ganze Mühe, die ich mir da jetzt gegeben hab mit der Scheiße... Ja, gefällt schlecht, gefällt gut. Ja, gefällt schlecht, gefällt gut. Ich hoffe... Ach... Enthalten. Ich hab keinen Bock. Wow. Hm. Wow. Wow. Das hat gar nichts gebracht. Jo. Äh... Das hat euch gefallen. Mir hat's nicht gefallen. Und deswegen sag ich jetzt... Viel Spaß! Abonniert bitte! Abonniert bitte! Das hat euch gefallen! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Tschüss... friendships.... Tschüss... Tschüss!